Wo sind Sie gerade bei Breaking Bad? Ich habe die Sendung durch, aber alle waren glaube ich sechs Staffeln, die habe ich alle geschaut. Das ist krass, wo er da am Schluss den Drachen so zähmt, oder? Und dann das Königshaus übernimmt. Das muss Games of Thrones gewesen sein. Schauen Sie das auch? Ne, das schaue ich nicht. Das hasse ich. Ich hasse so Fantasy-Scheiß. Das ist mir, ich gesagt, genau. Schaue ich lieber Politik.